So Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Starfield. Ich habe wirklich einfach nur einmal Pause gemacht und einmal wieder zurück. Ja, wir werden jetzt mal diese wunderschöne Anlage hier looten. Wir haben ja hier letzte Folge einen Terror Morph gekillt. Das war auch eine relativ harte Aufgabe, muss ich zugeben. Also hätte ich, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit so einem Vieh hier. Ich hoffe, dass die uns jetzt erstmal für eine gewisse Zeit verschont bleiben. Denn geschafft haben wir das Ganze nur so einfach, weil wir hier 10 Millionen Geschütztürmer hatten, die das Teil unter Beschuss genommen haben. Kann ich noch nicht knacken oder was? Kann ich auch noch nicht knacken? Scheiße. Das ist halt wieder ärgerlich. Aber dann wären bestimmt gute Sachen drin gewesen. Dichtmittel? Naja, gut. Ja, kann man nichts machen. Da kann man dann jetzt wohl nichts machen. Also das kriegen ja offensichtlich nie auf. Kaputt ballern ist anscheinend dann auch keine Option. Ja, dann lass uns mal hier weiter umgucken. Also wie gesagt, wir gucken uns jetzt diese ganze Fleischfertigungsanlage hier nochmal ganz in Frieden und in Ruhe an. Und looten die mal einmal durch. Möglicherweise finden wir ja hier noch ein paar brauchbare Gegenstände für unsere nächsten Abenteuer. Denn das Spiel möchte mich, so lange oder so wie es aussieht, möchte dieses Spiel mich wohl langsam, aber sicher in die nächsten Sternensysteme lotsen. Warte ich allerdings machen, möchte es vorher, ich möchte vorher gerne den Planeten, auf dem wir jetzt mit, auf dem wir jetzt gelandet sind, wo auch New Atlantis drauf ist, möchte ich doch tatsächlich einmal ein bisschen, zumindest mir mal ein bisschen anschauen. Denn da gibt es überall noch Konstrukte. Ich habe tatsächlich ein YouTube-Video gesehen, wo man das erkennen kann. Also überall gibt es tatsächlich Konstrukte, die man sich angucken kann. Und es wäre doch Verschwendung, wenn wir diese ganzen Ressourcen liegen lassen würden. Denn gerade jetzt im Moment, gerade im Moment, wo wir doch jetzt auch noch viel dabei sind, uns aufzubauen und zu sammeln, müssen wir versuchen, so viele Ressourcen des Spiels wie möglich an uns zu nehmen. Bin ich zumindest. Außerdem würde ich, da würde ich auch gerne sehen, was die da so gebastelt haben und wie es so aussieht und so, ne? Also wir werden auf jeden Fall jetzt demnächst mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen, werden uns mal ein bisschen was anschauen. Mal hat das Quest ein bisschen questend sein lassen. Wir müssen, wie gesagt, ja auch noch Geld zusammensammeln für unser Traumhaus, was ich tatsächlich gerne abzahlen würde, bevor ich richtig ins Late-Game gehe. Beziehungsweise, beziehungsweise, what? What are you? Eine Xenoraupe. Aha, die ich nicht scannen kann. Na gut. Dann wohl nicht. Ähm, genau. Also wir haben ja, wie gesagt, auch noch ein bisschen was zu tun hier. Wir wollen erstmal unser, unser, ähm, unser Haus abbezahlen. Wir wollen auf Dauer wahrscheinlich auch irgendwann mal ein neues Raumschiff haben, würde ich mal schätzen. Ähm, denn unser Raumschiff ist ja doch schon relativ klein. Wobei wir damit für den Anfang wahrscheinlich relativ gut klarkommen mit dem Raumschiff. Aber früher oder später wird es wahrscheinlich schon notwendig sein, sich ein neues zu kaufen. Oder was heißt notwendig, aber man wird wahrscheinlich irgendwann ein neues haben wollen. Oh, guck mal, Uran ist hier drin. Sehr gut. Ja, wir waren jetzt da drin, denke ich mal, ne? Waren wir auch schon hier drin? Ja, hier waren wir auch drin. Wir sind dann da rüber gelatscht. Wir sind ja hier gerade rausgekommen. Dann haben wir aber noch ein bisschen was hier zu erforschen. Zum Beispiel auch mal diese Dächer hier. Also die wollten hier quasi eine neue Fleischproduktion starten. Ja, an sich ist die Idee ja auch nicht so verkehrt. Aber da ist denen dann der Terramorph dazwischen gekommen. Was bist du denn hier für einer? Das ist ein... Niklosaurus. Ein Ankylosaurus, nicht Aniklosaurus, ein Ankylosaurus. Mein Gott. Ja. Ähm. Aber hier. Ach so, das war einer der Netzschalter, die ich anstellen musste. Er hat mich wahrscheinlich, als sie sobald ich aufgehört habe zu schleichen. Also wir hätten wahrscheinlich hier durch... Also er hätte uns vielleicht gar nicht gespottet, wenn ich nicht aufgehört habe zu schleichen. Ich habe mich ein bisschen zu sicher gefühlt. Dadurch, dass er... Dadurch, dass da... Das hört sich ja auch sehr geil an. Das Killers. Alldämpfer, taktisches Gewehr, großes Magazin. Look at that. Okay, wir müssen hier definitiv nochmal zurück. Hier sind sehr viele, ähm... Sehr viele Schlösser, die wir noch nicht knacken können. Aber die Waffe, die ich da gerade gefunden habe, die hat mir gut gefallen. Die hier. Alter, die sieht voll gut aus. Vielleicht haben wir eine Waffe gefunden, die wir behalten wollen. Erstmal für den Anfang. Okay. Ja, also wir können zurückreisen. Wir haben uns die Fabrik jetzt hier angeguckt. Ich denke mal, dort wird es gewesen sein. Ähm. Schätze ich jetzt mal. Ich habe jetzt nichts weiteres noch gesehen, was auffällig wäre. Ähm. Und dann werden wir mal gucken, dass wir vielleicht mal eine kleine Erkundungsfolge rein machen. Äh, reinhauen. Einfach damit wir mal... Da vorne wäre nämlich zum Beispiel schon eine Höhle in 700 Metern, die ich auch wirklich äußerst interessant fände. Was haben wir denn hier? Eisen. Ja, das kann ich nämlich scannen hier. Ja, wir können jetzt nämlich hier rumrennen und können rumscannen und so. Und das ist eigentlich, ich finde sowas eigentlich sehr, sehr cool. Das gefällt mir. Zu erkunden und so, das ist ja auch genau mein Ding. Deswegen werden wir jetzt gleich mal auf den Planeten zurückfliegen. Wir werden jetzt mal Bericht erstatten. Ähm. Dann wird es tatsächlich zwar noch dauern, bis wir Staatsbürger werden, aber ganz ehrlich, das eilt jetzt auch erstmal nicht. Wir haben ja, wie gesagt, auch erstmal das Traumhaus, was wir abbezahlen müssen. Ähm. Ja. I don't know. Das Schiff hier sieht interessant aus. Schade, dass ich es nicht kapern kann. Ich meine, es braucht doch sowieso keiner mehr, oder? Ich bin doch jetzt hier... ...alleine. Ja, ich kann es echt nicht mobsen. Ich habe es gern geklaut. Naja. Da machst du nichts. Vielleicht kriegen wir mal anders nochmal die Möglichkeit, ein Schiff zu klauen. Ich bin mir sehr sicher, dass das in dem Spiel hier gehen wird. Wir auch Schiffe klauen können. Na schön. Dann. Dann wollen wir doch mal. Wir wollen uns natürlich wieder hier hinsetzen, ne? Klaro. Ich meine, klar, wir können auch über die Sternenkarte reisen. Das werden wir jetzt auch tun. Aber ich wollte wenigstens noch zum Raumschiff zurückfliegen. So. Wir sind auch am völlig verkehrten Sonnensystem. Was wird denn hier? Äh? Warte mal, what? Also, wir sind hier. Ah. Da muss ich auf dem anderen auch noch warten, Mann. Äh, warte mal. Irgendwie, Norbert. Ich bin mit der Barkeeperin. Das war auch noch. Traumhaus. Zahle die 100. Ne, Quatsch. Aber die Schulden ein. Paket für Redmire. Routinearbeit. Genau hier. Das wollen wir machen. Na ja, I don't know. Auf jeden Fall ist da irgendwie was. Was ist denn da? Überprüfe das Inventar deines Schiffs. Äh? Aber bin ich jetzt auf dem Planeten, oder? Bin ich jetzt auf dem Planeten? Näh? Was ist das denn hier? Wenn Spot dann da industrielle ausposten. Wäre nicht möglich. Okay, ich weiß nicht wieso. Ach, das ist einfach nur ein Schiff. Das ist gar nicht mein Schiff. Okay. Frachtraum. Ach, das ist die Crew. Einmal Frachtraum. Waffen. Ach, guck mal. Wir haben hier auch eine neue Pistole gekriegt. Die machen die Nutzkaliber 43 Munition. Aha. Hilfe. Okay, wir haben hier ein bisschen Zeug bekommen. Ressourcen. Sonstiges. Ah ja, das Reparatur-Kit. Stimmt, da war ja was. Okay. Ähm. Ja. Dann. Wollen wir mal zum Commander Tuala zurückkehren. Und einmal da landen. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie das so läuft, weil ich kann ja jetzt einfach dahin schnell reisen. Aber dann werde ich ja überhaupt auch gar nicht mehr nach Schmuggelware gescannt. Oder? Ne, ich lande da jetzt einfach. Das heißt, ich kann jetzt einfach quasi Schmuggelware mitbringen und werde gar nicht mehr gescannt. Ob ich das gut finde, weiß ich ja noch nicht. Irgendwie fand ich das ein spannendes System. Aber wenn man das so einfach umgehen kann. Ich habe nämlich davon gelesen, dass es dieses Mann nicht nur Diebesgut gibt, die man bei einem Hehler verkaufen kann, sondern auch Schmuggelware, die man finden kann. Oder halt auch manchmal Schmuggleraufträge bekommt. Und dann muss man, man wird ja gescannt. Dein Raumschiff wird ja gescannt, wenn man die Stadt betreten möchte, beziehungsweise wenn man hier landen möchte. Aber wenn ich dann einfach so leicht das umgehen kann. Oh, da weiß ich ja nicht, ne. Ich brauche deine Erlaubnis, um eine Terromorph-Probe zum Mars zu bringen. Äh, einzig überlegene war eine Forscherin, die mir die Probe und eine Gen... Genau. Oh, okay. Ähm... Ja, okay. Okay, das könnte eine dringende Mission sein. Äh, ein Dr. Walker auf Mars soll überprüfen, ob sie eine Gefahr darstellt. Genau. Oh. Oh. Okay. Oh. Oh. Ja, alles klar. Ähm... Frag bei der Handelsaufsicht nach Percival. Was? Ah ja, genau. Percival Walker. Den soll ich treffen. Undercover. Ich habe einen Auftrag. Äh, ich soll mich auf der UC melden. Okay. Ah ja, wir haben auf jeden Fall einen Haufen neuer Quests bekommen. Ähm... Wir gucken jetzt aber tatsächlich erstmal, äh, was wir hier noch so machen können. Äh, sprich mit der Barkeeperin. Das machen wir jetzt mal. Mal gucken, was wir da für ein wundervolles, äh... Was wir da für eine wundervolle... Lache bekommen. Ja, ist ja okay, Sarah. Ähm... What? Warum hat der mich denn jetzt hierhin geschickt? Ja, wie auch immer. Gehen wir zum Raumhafen. Tschüss, Sarah. Hahaha, die bleibt da stehen. Okay. Ja, cool. Dann reden wir doch mal mit der lieben jungen Dame hier von, äh... Äh, ich hätte nicht gedacht, dass es so offensichtlich hier ist. Oh, Mann. Ich wollte es nicht, dass du es persönlich nehmen würdest. Es ist nur... etwas, das an den Kunden zu sehen. Bremst das Eis, weißt du was ich meine? Hör, du riechst einfach. Mach dir selbst zufrieden. Du bist willkommen, so lange, wie du willst. Okay, äh, kann ich dir einen ausgeben. Ah, okay, da kann ich noch was kaufen. Äh, scheint ja gut zu laufen hier, ne? Ja, Spaceportraffekt bleibt mich ziemlich beschäftigt. Aber, nur zwischen dir und mir? Ich habe etwas in den Werken, das alles alles verändern wird. Ein neues Drink, das dieses Ort bekannt ist. Galaxie-weit. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Äh, den sollte ich mal ausprobieren, ne? Hm, okay. Sammel-Quest oder was? Ja. Ich habe ein Gespräch mit einem Hauler, um mir ein paar kleine Samples, von einem Ingredient, die ich denke, wird all die Unterschiede machen. Aber es hat nie gezeigt. Es ist nicht so, dass der Mann, der Mann, den ich habe, war auch ein paar andere Leute. Der Mann, der Mann, die... weniger als legales Gerät. Die Sicherheit hat die Wind, und die ganze Menge war entdeckt. Jetzt sind sie nur auf dem, nehmen ihre süße Zeit, wie sie immer machen. Das tut mir. Das tut mir. Okay. Äh... Ich habe all das Papier, glaub mir. Es geht nicht an nichts, aber ich habe es gemacht. Und wirklich? Ich bin gar nicht sicher, das ist das, was ich für die Rezepte enden muss. Ich habe nur... Ich denke, es ist. Ich brauche, meine Hand auf dem Fahrzeug zu holen. Hm... Okay. Ich glaube, ich könnte dir da mal helfen. Du kannst mir wundern, wenn ich nicht versuche. Bevor wir nichts anderes sagen, ich habe in keinem Weg, um dich zu tun, was von den vielen, vielen, vielen Regeln hier in Neu-Atlantis oder den größeren Unions-Kolonien zu tun. Das ist nur ein Freund, mit einem anderen Freund, zu fragen, ob vielleicht dieser Freund möglich könnte, sie find den Weg, um ihren wichtigsten Gargoy aus dem Impound zu holen. Und, wenn, hypothetisch, das wir in einem weniger als 100% legalen Weg getan haben, dann, das könnte nicht das Schlimmste in der Welt sein. Du, äh... mit mir an das? Ja, ja. Wahrscheinlich, dass du nicht wirklich dieses Kurs der Aktion betrachtest. Das letzte, was wir brauchen, ist, dass du die Sicherheit auf unseren Becken sehen. Ah, ich guck mal, was ich für dich tun können. Ja, ja, deine Mutter hat das auch nicht gefallen. Ich will da ja auch niemanden, äh... will auch nichts klauen. äh, mir fällt schon was ein. mir fällt schon was ein. Warte, sagst du, ich sollte mich überrascht? Nein, natürlich nicht. Es wird gut, total gut. Ich, ich信 dir. Besser ist das auch. Trust me. Äh, irgendwelche Gerüchte aufgeschnappt? A bit of a slow news around here. Ah, well, speaking of news, some folks are convinced, David Barron, you know, the SSN anchor, is some sort of three stars sympathizer. Eiii. Ridiculous, if you ask me. Sure, they ran a couple of stories about Aquiles city, that weren't totally critical, but come on, have you ever been? It's really not that bad. Anyway, that's the sort of high stake stuff, people talk up while waiting on a flight. Ja, das ist ja auch nicht New Atlantis, ne? New Atlantis ist ja die schönste Stadt im ganzen. See you around. Ja, Sarah, ich weiß, du feierst das jetzt nicht, dass ich da helfen möchte, aber, ne, äh, wo ist es denn? Hier eine Lieferung, genau, ne, da auch nicht. Auch nicht da. Das da will ich machen. Genau, das will ich machen. So, dann lass uns doch mal schauen, mit wem müssen wir denn da reden, mit da hinten einem, ne? Ich muss einmal ganz kurz was nachschauen. Ähm, ne, das nicht. auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ah ja, okay. Wir haben die Beweise, dann frage ich mich, warum die mich immer noch an geliefert, angelabert hat da, indem sie der Race gehätet hat, aber, mir sollte ja egal sein. So, dann reden wir doch mal mit dem. Was ist da mein Schiff? Ne, ne, das ist nie mein Schiff, oder? Oh, das ist mein Schiff? Doch, das ist mein Schiff. Ah, das ist mein Schiff. Und das sieht so viel größer aus, irgendwie. Mit dir da hinten muss ich ja so reden. Ja, mach ich doch. Ist doch kein Problem. Uh, beschlagnahmte Fracht. Hello. this really is a good place for civilians to be hanging around. Is there something I can help you with? Absolut, ich habe, ihr habt beschlagnahmte Fracht, die ich brauche. natürlich nicht. Äh, verstehe ich schon. Du kannst nicht alle reinlassen, regeln und regeln. Scheiße, das hat nicht geklappt, okay. Scheiße, fuck. Kann ich jetzt nochmal probieren jetzt? Ich kann es nicht nochmal probieren. Ich kann das nicht nochmal versuchen. Lava, Moment, ne, ne, ich habe es ja jetzt voll verkackt hier, warte mal. Ähm, wann war das denn? 8,55? Ja, der könnte das hier sein. Na, 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 na. Ich habe, nur weil ich jetzt, äh, den, den, äh, missklick gemacht habe, dass ich aus dem Gespräch rausgegangen bin. Auf keinsten. Das machen wir sowas von normal. jeden Fall. Jedenfall überzeug' ich denen, dass wir das machen dürfen. Also, gewöhnlich würde ich nicht neu laden, aber ich habe halt jetzt gefett fingert, ich dachte ich kann es halt nochmal probieren, wenn ich halt einfach rausgehe aus dem Gespräch. Aber offenbar ist das nicht so. Von daher müssen wir uns auf jeden Fall ein Zeugling. Ja gut, wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir halt der Dame sagen, tut mir sehr leid, aber ich kann euch nicht helfen. Ja. Das sind wir jetzt nicht. Also ich bin eigentlich auch nicht dafür, dass wir uns jetzt hier schon unbeliebt machen und da irgendwo einbrechen oder sowas. da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen raus. Da kann ich die Sarah sogar ein bisschen verstehen. Ja, ja, das hatten wir schon. Ähm. Ich brauche sie. Ja, ja, alles gut. Äh. Du weißt, dass du die Leute draußen halten sollst. Ich bewundere Leute, die Regeln respektieren. I'm not falling for that. You're not getting past me. Alter, warum denn nicht? Okay, okay. You've made your point. Okay, nochmal. Sieh mal, ich verstehe das. Du hast deine Befehle. Ich habe meine. I hear you. Alright, love. Don't tell anyone I did this. Aha. Guck mal einer an. If anyone asks, I had nothing to do with this. You got it? Absolutely. One second. Wir haben es gemacht, hör mal. Okay, wir hätten das auch knacken können wahrscheinlich. Äh. Paket für... Ja komm, ich nehme das einfach alles mit. Dankeschön. Wir sehen uns. Niemand wird davon jemals erfahren. Okay. Wissen du. Du siehst ja crazy aus. Jaja, alles gut. Body scan ahead. Okay, okay. Dann reden wir doch mal mit dir. Hallo, ich habe dein Paket. Hey there, new guy. Good to see you again. Can I get you something? Äh. Hier, ich habe dein Paket. Oh, no way. You really got it? Of course. I probably don't want to know what you did to get this right. I mean I want to know but it's maybe better if I don't. Uh-huh. Ja, definitiv. Aber, uh. Good enough. Ich hoffe nicht. Das ist ein enormes Problem für mich. Aber es ist nicht wert, dass wir uns beide murderieren. Na, schau. Ich kann sicher, dass das alles im Endeffekt wird. Beziehungsweise, ich lasse, dass ich dich das erste Mal haben. Auf der anderen Seite, du bekommst freie Trinken. Nicht, nicht wie unlimitete freie Trinken. Aber du willst ein bisschen Pick Me Up jetzt und dann? Ich habe dich gekauft. Ich brauche ein bisschen Zeit, um zu arbeiten, was dann kommt. Aber das? Das war die schwierige Sache, ich denke. Wirklich? Vielen Dank. Ach, hör mal. Kein Problem, wir helfen doch wo wir können. 2.000 Credits gab das. Sehr gut. Wie viel Geld haben wir jetzt? 37.000, Alter. Es ist noch so weit, bis wir, äh, endlich... Was? Du? Gehst du noch mit mir? Ach, laber. Ich kann hier, kann ich Leute, äh, ähm, rekrutieren. Wen haben wir denn da? So, wer bist du? Kursionsspezialist. Wer bist du? Hey, da. Du siehst du wie der Planetenhopping-Type. Hast du noch Platz auf deinem Schiff für... Ah, du bist... Also hier kann ich Crew, äh... Hier kann ich Crew, ähm, rekrutieren. Mein Gott, mir ist das Wort rekrutieren hier eingefallen. Alter. Wer bist du denn? Der Hunter. Ja, das sieht wohl ganz so aus, mein Bester. Aber ich muss sagen, der Anzug ist echt Killer. Äh, ja, ja, well, I, I go all over. A little psychological warfare up front tends to make things easier. Äh, bist du dann Söldner oder gehst du zum Militär? Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. ok hinter dem satz steckt eine ganze philosophie oder schwarzmalerei bestimmt sehen wir beide uns wieder würde mich auf jeden fall sehr freuen ich bin sehr gespannt was du noch so zu bieten dass ich hätte ich gerne meiner crew alter guten eine gute figur abgeben bist du eine bürgerin okay also hier kann ich auf jeden fall crew anheuern wie es aussieht ne antriebsspezialist musionsspezialist ja brauchen wir alles im moment noch nicht wie gesagt wir wollen jetzt erstmal noch kein geld ausgeben was das denn hier nur hallo hallo george was machst du we are to be frank I don't do much not anymore at least and that suits me just fine yes Ich lege jetzt, um Artefacts aus der Erde zu holen. Wieder ein Franzose. Also so wichtig sind Löffel für mich jetzt nicht, ne? Aber was führt dich hierher? Ich bin mit der Verkaufung der vielen alten Erdenthusiaten hier in Neu-Atlantis. Und das ist, weshalb ich weitergekommen bin. Hi da! Danke, dass du in die Hand gehst. Schau dich, um dich herum zu schauen. Ich kann sich um die Transaktionen zu nehmen. Und wenn du Fragen hast, frag dich einfach. Äh, ein netter Laden. Danke! Es ist hartes Arbeit, aber alles bezahlt im Endeffekt. Und ich kann nicht all die Kredite nehmen. Gerhardt, mein Geschäftspartner, macht so viel Arbeit hinter den Zielen. Wenn es nicht für ihn gewesen wäre, dann weiß ich nicht, wo wir jetzt wären. Oh bitte, schau mal. Oh, du verkaufst auch Munition, das ist gut. Ich möchte mal gucken, also das hier ist auf jeden Fall schon mal für meine Pistole. Ich glaube, das ist für meinen anderen Ballermann, ne? Diese 6,5er Preise. Steht das hier zufällig, was sie benutzt? Ja, 6,5er, perfekt. Dann kaufen wir die nämlich direkt auch nochmal. Dann haben wir für die nämlich auch noch genug Wumms, ne? Jetzt haben wir nämlich 400 Schuss für die Waffe. Das ist sehr gut. Die behalten wir nämlich erstmal. Die gefällt mir, glaube ich. Oh, hallo, Gerhard. Oh ja, okay. Du bist Amoli? Bist du? Okay. Bist du dein Kunsthändler? Ja. Ich bin ein Kunsthändler für die ganze Zeit. Ich bin ein Kunsthändler für die ganze Zeit. Ich bin ein Kunsthändler all across die Settel-Systems. Das ist eigentlich warum ich hier in New Atlantis heute bin. Ich werde dir ein Stück von Kunsthändler zu einem sehr bestimmten Klienten später. Aber ich habe noch nicht die Kunsthändler in meiner Position. Eigentlich, würdest du dich auf die Kunsthändler und es zurückgebracht? Ich werde dir natürlich für deinen Effort beantworten. Natürlich. Ähm, ja. Es ist in Ordnung. Nämlich, mach ich. Ich habe die Kunsthändler von Zoe Kaminski bei der Verbrauchung. Sag ihr, ihr seid da für Samson Jabrails Kunsthändler. Sie wird verstehen. Wurde das Kunsthändler zu mir und du wirst kompensiert werden. Kompensiert. Okay. Ich stelle einfach auch gar keine Fragen. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich will auch gar nicht wissen, was das macht. Aber es gibt Geld, also machen wir es. Äh, ne. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt einmal kurz... Aktivitäten. Aber die müssen wir auch noch mal reden, ne? Scheiße. Äh, der Kunsthändler. Genau das ist das, was wir machen wollen. Okay, dann holen wir jetzt noch das Bild ab, geben ihm das Bild und dann, äh, hoffen mal, dass das Problem frei läuft und dann... Äh, natürlich. Äh, Dankeschön. Äh, ich mache mich auf den Weg. Ich würde aber trotzdem gerne mal gucken, was du im Angebot hast. Äh, denn du hast mit Sicherheit auch noch Munition für meine... Ja, genau, da 6,55. Ja, 9k kostet mich das. Hör mal auf, ey. Nice. Ja, egal. Ich brauche die Waffen. Äh, ich brauche die Munition. Das hilft alles nix. Warte mal, kann ich noch Sachen verkaufen? Äh, warte mal, dann können wir mal verkaufen. Waffen. Maelstrom. Guck mal, ich kann nämlich zum Beispiel die schon mal weggeben. Die brauche ich zum Beispiel schon mal ne mehr. Anzüge. Der kann weg. Rucksäcke. Der war besser, ne? War der besser? Nee, 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 der ist besser. Der macht, äh... Also klar, der hat bisschen, der hat ordentlich mehr Resistenzen hier der. Aber, äh, nein. Also wir behalten 15% weniger. Ist gut. Der ist echt nicht schlecht. Den nehmen wir. Kleidung. Der Strahlenschutzanzug. Ja, sehr gut. Werfbare Items. Äh, brauchen wir auch noch mal Hilfe. Sonst haben wir noch mal gucken hier. Amp. Wehungstempo ist Quatsch. Herz Plus. Ja, kann man behalten. Schlangenöl. Der Schlangenöl auf jeden Fall, ne? Das kann weg. Die Supernova kann weg. Die Verbände bleiben auch. Notizen, Ressourcen. Ach, guck mal, das kann ich eigentlich mal ins Schiffsinventar tun. Dann bin ich auch nicht mehr so voll. Ja, sehr gut. Alles klar. Und dann müssen wir mal überlegen, ob wir diese ganzen Ressourcen tatsächlich alle brauchen. Aber wir haben jetzt erstmal 800 Schuss für die Maelstrom. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm. Damit kommen wir auf jeden Fall schon mal ordentlich weit. Denke ich mal. Hoffe ich mal. So, wir wollen zum Raumhafen. So, mein Bester, hier ist dein Bild. Selling Art is a bit of an art itself. Shhh. Are you crazy? Keep your damn voice down. Äh. Nimm's mir schnell ab. Yes, yes. Just hand it over. You've held up your end of the bargain? War doch klar, er hat mich nicht reingelegt. Ich wusste von Anfang an, dass das ein Scammer ist dann. Lass uns nicht mehr darüber sprechen. Okay. Ja, der Rest juckt mich eigentlich nicht so wirklich. Aber Freunde, an der Stelle... Undercover? Oder aktualisiert? Achso. Ja, Nevermind. Äh. An der Stelle machen wir erstmal Feierabend. In der nächsten Folge werden wir mal das Missionsziel weg machen. Komplett. Und werden uns mal in der Wildnis von dem netten Planeten hier mal umschauen. Also wir machen folgendes. Wir werden einfach mal auf die Sternenkarte gehen. Und schauen einfach mal zum Beispiel... Hier. Was da ist. Wir reisen da schon mal hin. Berge. Ne? Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Und schauen einfach mal was da auf uns zukommt. Aber Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge. Und wir schauen uns da jetzt einfach mal. Dahinten sehe ich nämlich zum Beispiel schon das erste Gebäude. Ja. Drüben ist auch was in 400 Metern. Überall sind hier Sachen, die wir erkunden können. Und das machen wir einfach auch mal. Wir können hier auf diesem Planeten auch noch Dinge scannen ohne Ende. So wie ich das sehe. Guck mal, da fliegt schon der nächste. Da kommt noch einer gelandet. Wer auch immer du bist. Aber klingt auf jeden Fall oder sieht auf jeden Fall spannend aus. Und hier werden wir uns dann in der nächsten Folge breit machen. Also, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Starfield. Haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.